Die Apostel vor dem Hohen Rat und sie ließen nicht ab, Tag für Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren, und verkündeten das von Jesus, dem Christus. Bitte ergänzen. Antwort Und verkündeten das Evangelium von Jesus, dem Christus. Die Apostel vor dem Hohen Rat Währenddessen kam der hohe Priester mit seinen Begleitern. Sie riefen den Hohen Rat und alle Ältesten der Söhne Israels zusammen, man schickte Boten zum Gefängnis, um die Apostel vorführen zu lassen. Die Diener gingen, fanden sie aber nicht im Gefängnis. Sie kehrten zurück und meldeten. Wir fanden das Gefängnis sorgfältig verschlossen und die Wachen vor den Toren stehen, als wir aber öffneten, fanden wir niemanden darin. Der Tempelhauptmann und die hohe Priester waren ratlos, als sie das hörten, und wussten, nicht, was nun werden sollte. Da kam jemand und meldete ihnen, siehe, die Männer, die ihr ins Gefängnis geworfen habt, stehen im Tempel und lehren das Volk. Da ging der Tempelhauptmann mit seinen Leuten hin und holte sie, allerdings nicht mit Gewalt, denn sie fürchteten, vom Volk gesteinigt zu werden. Man führte sie herbei und stellte sie vor den Hohen Rat. Der hohe Priester verhörte sie und sagte, wir haben euch streng verboten, in diesem Namen zu lehren, und siehe, ihr habt Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt, ihr wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. Petrus und die Apostel antworteten, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ans Holz gehängt und ermordet habt, stehen im Tempel und lehren das Volk. Ihn hat Gott als Anführer und Retter an seine rechte Seite erhoben, um Israel die Umkehr und Vergebung der Sünden zu schenken. Zeugen dieser Ereignisse sind wir und der Heilige Geist, den Gott allen verliehen hat, die ihm gehorchen. Als sie das hörten, gerieten sie in Zorn und beschlossen, sie zu töten. Da erhob sich im Hohen Rat ein Pharisäer namens Gamaliel, ein beim ganzen Volk angesehener Gesetzeslehrer, er befahl, die Apostel für kurze Zeit hinausführen. Dann sagte er, Israeliten, überlegt euch gut, was ihr mit diesen Leuten tun wollt. Vor einiger Zeit nämlich trat Teudas auf und behauptete, er sei etwas Besonderes. Ihm schlossen sich etwa 400 Männer an. Aber er wurde getötet und sein ganzer Anhang wurde zerstreut und aufgerieben. Nach ihm trat in den Tagen der Volkszählung Judas, der Galiläer, auf, er brachte viel Volk hinter sich und verleitete es zum Aufruhr. Auch er kam um und alle seine Anhänger wurden zerstreut. Darum rate ich euch jetzt, lasst von diesen Männern ab und gebt sie frei, denn wenn dieses Vorhaben oder dieses Werk von Menschen stammt, wird es zerstört werden. Stammt es aber von Gott, so könnt ihr sie nicht vernichten, sonst werdet ihr noch als Kämpfer gegen Gott dastehen. Sie stimmten ihm zu, riefen die Apostel herein und ließen sie auspeitschen, dann verboten sie ihnen, im Namen Jesu zu predigen, und ließen sie frei. Sie aber gingen weg vom Hohen Rat und freuten sich, dass sie gewürdigt worden waren, für seinen Namen Schmach zu erleiden. Und sie ließen nicht ab, Tag für Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren, und verkündeten das Evangelium von Jesus, dem Christus.